Hallo, willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde. Aber hier, guck dir mal meine Pistole an. Guck mal, wie schick die ist. Sehr gut. Die teste ich auch gleich mal. Ja, die trifft auch beim zweiten Schuss, das ist schon mal nicht schlecht. Und schnell ist sie. So, gehen wir mal hier schnell rein, damit uns der Wasserteufel in den Arsch schießt. Äh, beißt. Der Zombie ist auch doch da. Ah, hier ist das drin. So, Hinweis aufdecken. Zack, Hinweis aufgedeckt. Können wir gleich mal weiter. Aber mit, äh, Gaming groß zu werden, ist sonst so momentan unheimlich schwer. Aber ich ziehe das mal zwei, drei Monate durch und sehe ich ja, wie weit es geht, ne? Ja, ich glaube, da musst du echt viel mehr Ausdauer haben als zwei, drei Monate. Hm, vielleicht auch zwei, drei Jahre. Ja, das geht über Jahre, glaube ich, tatsächlich. Ja, das ist auch ganz viel unterschiedlichen Content auf dem Kanal und. Ich höre so auf jeden Fall Bange. Hm. Och, das gefällt mir nicht. Die werden uns wahrscheinlich wieder mächtig welche verpulen. Das kann schon sein. Ja, du wieder Bus bauen. Okay, das muss hier irgendwie sein. Das ist hier drin. Alter, man darf mit dem Ding nicht so schnell nachladen, man verliert voll Munition. Oh. Von der Geschwindigkeit her, gut. Ja, ich glaube schon. Aber ich habe jetzt nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, elf Schuss. Das war's. Ich gehe schon mal da hinten zum Nächsten, ne? Hm, warte, ich komme gleich mal mit. Ja, Munition ist echt... echt heilig hier, ne? Ach, Mist, Vieh. Das Nachladen dauert auch echt unheimlich lange. Oh, ne? Saatmutter? Ja. Ich meine, ne Schweinmutter, siehst du sie? Hm, ich bin gerade am gucken. Jo, weg ist sie. Und jetzt Hunde, oder? Oh ja. Hunde? Hunde? Oh, hat da einer auf mich geschossen, oder? Ich wahrscheinlich. Ja, okay, das kann sein. Oh, wenn du dir die Spritze setzt, obwohl du blutest. Oh ja, es schießt aber jemand hier. Hm. Ich gehe mal hier kurz raus. Hörst du die irgendwo, von wo die kommt? Hm. Jetzt höre ich nix mehr. Jetzt, jetzt... Doch, jetzt, äh, geradeaus, irgendwie. Oh, der ist oben auf dem... Oben auf der Blicke. Oh. Genau. Ja. Da links oben auch, da, genau. Du kannst du auch durch... durch die Bände schießen, ne? Hast du dich so? Ach, das geht, ja? Ja, du kannst durch... Wenn der sich dahinter quasi duckt, dann kannst du da durchschießen und triffst den trotzdem. Ah. Okay, ich hätte aber wahrscheinlich auch mal das Gewehr nehmen sollen. Ja. Ach, der hat mich auch. Der... Gebagホ Emergency. Ja. Ja.